Okay, ah, ah, cool, ah, egal, ah, gut, fast geil, ach, komm, ach, da ist auch noch eine Piole, 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 wussch, äh, oh, cool, okay, oh, wir sind noch fast level up, wenn das das level up Ding ist, Au, äh, ja, ah, Tür, okay, ouch, schnell und einfach gesichert, ah, okay, ouch, ouch, Ah, Oops, Ah, Ah, egal, bam, 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 da, Stirb, Yo, wer will noch, ha, komm mit me, bitch, Okay, ähm, nein, so vielleicht, okay, das Teil ist zu klein, so ist schon besser, 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 ich bin es mit dem Messer, Messer, aha, aha, Tür, Okay, erstmal den nach hinten, Okay, Okay, Oh, Fuck, 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 Oh mein Gott, So, und Level up Okay Oh, geil Wir könnten jetzt entweder Ach, scheiß, auf Feuerschaden Wir machen drei Pfeile zugleich Bams Okay, und bei ihm machen wir Ah, Flammenschwert Oh, 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 I like it Ja, ich dreh durch Zeig mir dein Flammenschwert Oh, oh, wuh Oh, oh Ah Okay Dann muss das erstmal weg Da Und weg, weg Kleine Schwimmrunde Ouch Ach, du Scheiße Der erwartet mich ja schon richtig Wow Oh, fuck Ich glaube, das hier wurde extra für, äh Und da haben wir einen Klieger gemacht Oh, wow Oh, okay 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 Oh, nice Oh 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 Fuck Ich würde drei Pfeile schießen Okay Ja, ich würde gern wieder hoch Oh, witz Ah Oh BAM BAM Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich da hochkomme Aber ich denke mir einfach meinen Teil Eww Das Geräusch war ja immer voll eklig Als wären dann zig Menschen auf einmal gestorben Jo, ich bin's Und du bist tot Ha, okay Witzig Ja, tsch Ah Oh, ich liebe dieses neue Feuerschwert Hans, du bist cool Autsch Erstmal Speicherpoint Checkpoint Scheiß Ah Au Ich habe es gerade ordentlich verkackt Ne? Ich habe es gerade ordentlich gesagt Ah Scheiß Droll Ah Ach Ich habe es Ich habe es Ich habe es Ich habe es Okay, da wird die Tür geöffnet. Und ich werde angegriffen. Und der Zauberer ist tot. Scheiße, denn genau den brauchen wir jetzt. Ja, die... Ey, geil. Das Teil besteht aus Holz. Autsch. Autsch. Und ich gleich auch. Hä, warum bestehe ich aus Holz? Au, au, au. Geht doch. Mein Gott. Ich wollte... Ah, komm, weg. Ich wollte nur den wieder zum Leben bekommen. Autsch. Ah, komm. Ah, Spinne. Ah, ja. Ah, ah, ah. Stirb, Spinne, stirb. Ah, 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 stirb halt voll ab. Oh, yeah. Ah, komm, die Tusse muss wiederkommen. Ah, ah, ah. Und in den Tusse schaffen wir es nicht. Bitte, Tusse, komm zurück zu... Ach, da kann ich auch lange. Okay, dann ist ja kein Problem. Aber was ist da oben? Ich will da oben, ich will da oben, ich will da oben. Ach, nur ne Fio. Ah, und ein Hammer. Ja, Hammer. Eine Faust. Geil. Was der Zufall mir immer bringt. Finde ich echt krass. Dann zeig mal, was haben wir hier. Da ist so schön. Magischer Gesundheitskristall. Ein magischer Gegenstand, der Gesundheitstränke verzaubert. Er wird die Wirkung jedes gesammelten Gesundheitstränkes. Um 5%. Da wir meistens, glaube ich, mit der Tuss unterwegs sind. Äh, Ende bitte. Hallo? Ah, okay. So, stumpf. Ich konnte gerade nicht aus dem Dingens-Menü raus, weil ich äh, das Dingens-Nah-Dingens gegeben hab. Äh, das Dingens-Nah-Toten. Ach, egal. Ah, ja genau. So, Thema Tod. Hans euch alle zurückgebracht hat. Hans sei gut. Ja, tsch- Ja. Come at me, bro. Ah. 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 Ah, Gott. Hans. Ah. Ja, hallo. Ich glaub, ich würd da gerne wieder hin. Okay. Wie komm ich am besten zu sehen? Ich glaube... Gar nicht. Fuck. Fuck. Ach, komm. Leck mir. Nein, 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 nein. Ah, nee. Ich bin ganz am Anfang. Fuck. Hä, wie bin ich denn hier auch zu weiter gekommen? Ach, ich bin geschwampt. Oder bin ich das? Nein, bin ich gar nicht. Fuck. Ah. Halt mal. Was haben wir denn hier? Oh. 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 Fuck you. Fuck you. Fuck you. Ach, komm. Zum letzten Checkpoint. Fuck dich. Das war so klar. Halt mal. Ich glaub, ich glaub, ich hab's. Da liegt die schöne Box. So. Fuck dich. Was hab ich gemacht? Okay. Ah. Okay. Ach du Scheiße. Hans ist ein mächtiger Krieger. Hans hat Skelettkrieger Dingensboss besiegt. Ja, Hans, das hast du. Du warst ein guter Hans. Yay. Okay. Ach, die tragende Rüstung inzwischen. Okay. Okay, also. Oh, fuck. Oh. 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 Egal, egal, ich habe mir nur einen kleinen Schnitt gewartet. Und auf jeden Fall bin ich weg. So, was hätten wir hier? Das ist... Das ich in meinem Po versteckt habe, ja. Und mir eine Eistee gebracht. Habe ich mein Eistee leer getrunken? Ah, ich bin... Ah! Oh, Scheiße. Ah, ha. Oh, fuck. Ich habe eine Geile hier, komm. Was hätten wir denn hier so schönes? Na, Adlersch dazu. Halt erstmal. Gibt es der Tuss? Die Adlerschatu schützt den Zauberer und verstärkt seine Sprüche. Senkt den Energieverbrauch beim Schweben von Objekten. So Zauberer. Geil! Dit is doch wat. Ah. Ah. Nein. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch. Ihr könnt nicht alle machen. Die kleinen scheiß fliegenden Kackdinger. Na, wird's bald. Ah, fuck. Hallöchen, wie geht's euch so? Party in the house. Flammenschwertkämpfer. Ah. Jaa, Bitzü! Jaa! Geht doch, ha! Fliegenviecher! Fledermäuse, genau! Naja, fall halt runter! Jaa! Jaa! Ohhhh... Was trägt eigentlich so eine Kackenergie... Fjol... Achso Energie... Ha! Ha... Ha... Ohhhh... Oh jeh... Mache deinen Mund auf... Edelwand... Oh hi... Ah... Ah... Achja... Ich glaube ich verziehe mich hier mal und... Geh lieber rum mit den... Boden spielen... Wow... Wow... Woah... Oh... Ah... Komm... Jetzt aber öffnen... Bin hier gespannt... Schnellköcher für Dieben... Warte... 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 Achso... Äh... Schnellköcher... Mit dem Schnellköcher kann die Diebe in ihre Bögen schneller nachladen... Nächste Stufe erlaubt die Diebe noch schneller zu schießen... Oh geil... Warte mal... Wie schnell können wir denn jetzt schießen? Okay... Nice... Nope... Ah... Raw... Raw... A... Pikinski... Isn't eine Waffe... Halt mal, Halt mal, Halt mal, Halt! Halt, ich bitte um meine Pause. Okay, äh, Stärke der Titve, fuck. Ähm, Kosten, gute Kosten, okay. Ah, immerhin, er kann sich was Neues sagen. Ja, was wollen wir denn jetzt machen? Die Planke oder ne Kiste mehr, ne Planke? Mhm, ne Kiste wäre aber schon... Egal, behalten wir, machen wir erstmal gar nichts. Danke fürs Töten. Ernsthaft, jetzt, weil dann hat er gleich mehr Leben. Äh, jetzt. Ach. Ach. Ach, fuck, da kann ich noch gar nicht mehr an. Hä, warum kann ich da noch nicht lachen? Ouch. Ouch. Wow. Parkour und so. These haben die GeschlerareTON und so. Ja, da sind die Häuser. äääääääääää SCH��. Was war da oben jetzt? Da waren paar Fiolen, 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 Fiolen. So, Kiste No. 1, Kiste No. 2, okay, ne dritte Kiste brauchen wir gar nicht, cool, 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 cool. Haha. Ja. 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 Ach, da kann ich also Kisten unplanken. Ich dachte, ich muss mich immer entscheiden, was ich denn jetzt mache. Da, das ist ja geil. Gut, dass ich das jetzt weiß. Ah, witzig. Oh, geil. Das wäre ja mal stylisch. Okay. Geil. Da war ne Truhe. Truhe. Blauer Meisterstein. Na ja, der Blau Meister, der ist ja der Kisten. Der Kisten? Nein. Um 1. Ach so. Geil. Er wird die Anzahl der Pfeile des einfachen Bogens um 1. Steven. Meister Zauberer. Eingesetzt. Okay. Kisten 1 und Pfeile. Okay, alles klar. Wenn wir also gegen Boss kämpfen, würde ich sagen, gegen wir ist der Tuss. Fuck. Ja. Das war's mit unserem Meister Zauberer. Scheiße. Äh. Wow. Ha. Haha. Sieh da drüben. Was ist das? Eine Art Buch? Ja, ich werde es mir genommen an. Nein, wüsst du nicht. Wir gehen gleich weiter. Ha. Mit großem Enthusiasmus verschlang der Zauberer den Inhalt des königlichen Tagebuchs. Tja. Genauso wie Hans. Er verschlingt auch immer alles. Deswegen müssen wir ihm auch bald eine neue Risse holen. Ich habe das Gefühl, mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich glaube, das ist der dicke Schinken von letzter Woche. So. Würdest du eventuell in Erwägung ziehen? Drunter zu kommen. Edles Ding. Edle Fiole, 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 Fiole. Kommst du jetzt runter, du Scheiße? Geht doch. Mensch. Komm her. Piste. Witze. So. Hutz. 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 BAM! Legt euch nicht mit mir an! Ich bin Meister Magier und so ne Scheiße! Oh ja! Oh ja! Aber die ist nicht! Ouch! Ouch! Fuck! Achso!